Hallo Leute, willkommen zum Dark Souls 3. Es geht weiter. Ich bin gleich hierher gekommen. Nicht, dass wir Zeit verlieren. Ja, jetzt gehen wir runter. Jetzt wird es ernst langsam. Aber nur langsam. Ruhig bleiben, ja. Das rate ich auch. Nicht ruhig bleiben eher. Weil, wenn jemand Angst hat, dann lebt er länger. Ja. Okay. Aha. Oh. Oh shit. Ey. Scheiße. Kaputt. Rasiert. Oha. Ja. Das war sehr fair. Hat sich gut angefühlt. Okay. Und jetzt? Wohin geht's? Pfad der Opferung. Aha. Okay. Mal schauen. Ich bin falsch. Ich will den optionalen Boss noch töten. Genau. Da lang geht es nicht. Oh nein. Oh nein. Ja. Okay. Reisen. Also von hier aus geht es danach weiter. Aber wir müssen... Aber wir müssen... Wir müssen... Von hier... Ich glaube, ja. Ja. Das müsste sein. Das müsste sein. Ja. Ich habe auch nicht nachgeschaut. Ich müsste es wissen eigentlich, aber... Ich kann mich nicht genau erinnern. Genau. Hier lang geht es. Genau. Hier. Wäre doch geil, wenn man diese Waffe auch so hart verständigt. Aber nein. Es geht nicht. Es geht leider nicht. Okay. Oh man. Distanzkampf. Genau. Genau. Also hier muss man aufpassen. Aha. Dankeschön. Oh. Ah, das ist doch der Riese. Er hilft uns. Genau. Ups. Genau. Er hilft uns. Glut. Oh nein. Oh nein. Oh man. Der Riese ist zu geil. Ja, das genügt. Pass auf. Ich dachte, du mich triffst. Da ist noch etwas. Ei, 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 ei. Okay. Geschafft. Und toten Knochensplitter. Ja, das ist eben. Also das habe ich ja auch. Das ist, ähm... Das ist, dass man... ...die Estusflakons... ...verstärkt. ...auf 10. Also ich habe jetzt 10. Maximum. Und... ...ja, also ich erkunde nur für die Leute, die es nochmal sehen wollen. Nicht, weil ich jetzt... Ich habe, ich habe glaube... ...ich glaube, ich habe alle Rüstungen. Alle Rüstungen. Alle Waffen. Mir fehlt nichts. Ja. Leider. Leider fehlt mir nichts. Okay. Jetzt geht es direkt zum Boss. Also ich habe 15 Flaschen. Boja. Oh Gott. Oh, 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 oh. Noch ein Treffer. Was macht er? BAM. So, heilen. Wenn ich es schon habe. Bis hier ein bisschen, komm. Voila. Gift Biss Ring. Okay. Hört ihr die Vögel auch? Mein Fenster ist offen. Ist immer offen. Ich kann nicht schlafen, wenn mein Fenster geschlossen ist. Ja. Mal schauen. Also es sieht echt ähnlich aus wie die Bloodborne. Brutal. Wirklich. Fast genau gleich. Das ist Bloodborne. Oh my God. Nein, nein. Also es sieht ähnlich aus. Sehr. Aber mich stört das nicht. Ich meine. Wieso auch? Bloodborne Hammer Spiel. Wer es nicht gespielt hat, kann ich wärmstens empfehlen. Oha. So. Arbeiterhose. Okay. Ja, die mit den roten Augen sind eigentlich ein bisschen schwieriger. Aber nur ein bisschen. Und ja. Der hat nicht lange gelebt. Oh. Was ist das? Oh. Shit. Oh nein. Ich muss das haben. Warte. Eid. Oha. Geschafft. Großsense. Habe ich auch schon. Oh. So schade, dass ich das Spiel schon mal fertig durchgespielt habe. Ist echt. 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 Schade. So, jetzt kann ich die Abkürzung freischalten. Übrigens, das ist ein optionaler Boss. Ähm. Genau. So. Also hier ist der Boss. Ja. Und deswegen machen wir mal eine Abkürzung. Wo man sieht. Seht ihr wo ich bin? Ja. Gut. Und jetzt wünsche ich mir Glück. Und äh. Ja. Visionen vom Loch. Aha. Ist hier noch was zum sammeln oder so? Nein. Ist ja was mega geil wäre. Es wäre mega geil zum Beispiel. Wenn man New Game 2 oder 3 erreicht hat, dass neue Gegner kommen und so. Das wäre wirklich Hammer. Das wäre Hammer gewesen. Aber äh. Leider ist das nicht drin im Spiel. So. Groß. Große Eier. Oh. Oh Gott. Geh weg. Oh nein. Oh. Also ich kenne Leute, die haben Stress gehabt mit dem Boss. Mal schauen, wie es jetzt bei mir aussieht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich kenne mich nicht. So. Jetzt kann ich mich auf die Eier konzeptieren. Oh. Okay. Ich verstehe. Ich muss zuerst diese. Okay. Ich verstehe. Ich muss zuerst diese. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Aha. Wo ist denn? Oha. Ich verstehe noch. Oh nein. Oh Gott. So. Geheilt. Alles. 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 Alles gut. Aha. Oh. Und jetzt? Wo sind seine anderen Eier? Da hat er geniegend. Oh ma. Da sind Eier. Das erfinde ich nicht. Da auf dem Hand. Ne? Schwer zu erklären. Oh nein. Oh nein. Noch eine. Noch eine. Auf dem. Aber bitte bitte. Hoppa. Ich will mich schnell. Oh. Er ist tot. Nein. Doch. Rasiert. Ja. Ich würde eher etwas anderes meinen. Aber naja. Ja. Geil. 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 Guck mal wo wir sind. Da waren wir doch schon. Wow. Boah. Awesome. This is awesome. So. Ich habe da noch was bekommen. Kann ich auch. Das ist Eid. Keine Ahnung. Im Internet müsst ihr sehen. Nachschauen. Ich weiß nicht. Für was genau. Wenn man etwas erreicht. Bekommt man etwas. Aber ich spiele ja nicht PvP. Ja. Und so. Okay Leute. Danke dass ihr zugeschaut habt. Und im nächsten Part geht es weiter. Wohin werdet ihr sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.